Again! Es gibt keinen Grund, es war einfach so, also gibt es keinen besonderen Grund, aber dafür haben wir jetzt was unfassbar Schönes und ihr seht es schon, hey, das sieht doch aus wie eine Achterbahn und wir hatten ja mal eine Wasserbahn, ich verlinke euch das mal oben rechts und daraufhin, ja, gibt es jetzt auch eine Achterbahn, ist das nicht cool und es sieht schon echt mega nice aus, klar, die Achterbahn ist natürlich nicht so gebaut, wie man sie kennt mit Schienen, sondern, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein bisschen schwierig, aber das ist ja nicht so schlimm, einfach das System funktioniert, das wissen wir ja, Und ich muss auch ehrlich sagen, es laggt nicht so hart, also als man es gesetzt hat, hat es gelaggt, aber danach hat es sehr schnell aufgehört zu laggen und ja, jetzt ist es ja angeschweißt, so oder so laggt es ja dann erst recht nicht und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ihr seht schon, ich habe hier noch drei andere Sachen, die werde ich euch in der nächsten Folge vorstellen, könnt euch auf jeden Fall drauf freuen und heute aber, wie gesagt, kümmern wir uns um diese Sache hier und ich bin sehr, sehr gespannt Und zwar, lesen wir uns das mal kurz durch, das ist mal das vom Baggerfahrer, schaut einfach mal auf Steam vorbei, lasst einen Daumen nach oben da und ja, Baggerfahrer schreibt, Hallo, hier ist meine selbstgebaute Achterbahn für die Kirmes, es hat ca. 15 Stunden gedauert, krass, zum Fahren den Schlüssel und die drei Schalter auf der linken Seite drücken, die zwei Schalter rechts sind fürs Licht, danke an Inferno fürs Lackieren und Stützen und Anmalen meiner Gondel, oh yeah, geil Erneut hochladen ist verboten, nee, keine Sorgen, wenn jemand Lust hat, dieses Teil, genau, lasst einfach Bewertung da, okay, also, zum Starten der Achterbahn Der Schlüssel Okay, warte, da müssen wir uns aber jetzt reinsetzen Bin sehr gespannt Ah, er hat das mit Farbe auf dem Boden gemacht Ah, ich verstehe Gut, okay, das ist ein bisschen zu nah, so, machen wir so, oder? Obwohl, natürlich so besser wäre eigentlich, ne? Oha, jetzt geht's nach oben Von den extra, auch extra so eine, so eine schöne Räder Top, ey, richtig ne? Ooooooh, oooohi Hohoho, haHAHA Oh, das wurde sogar, das waren Kameras Wie cool ist das denn? Da waren einfach glade Kameras Hu-i, und und U whoo Hupa, ha, ha, ha geil Alter, ist das Hammer Das funktioniert ja richtig super Wie geil ist das denn? Noch eine Runde Komm, bitte nicht anhalten Fahr durch, fahr durch, fahr durch Achso, ja stimmt, wir sind ja am Bahnhof Lol, es geht sogar auf Ist das cool Wir steigen mal kurz aus Wir gucken uns das an Ist das hier langsam lang? Geht hier auf So, wir setzen uns wieder rein Jetzt geht es wieder zu Jetzt kommen wir gleich auf die schnelleren Zack, zack, zack Ja, das hängt natürlich ein bisschen mit der hinteren So, jetzt natürlich schneller Und jetzt kommt wieder die Düse Alter, ist das cool Hey, ohne Witz, Freunde Ist das cool oder ist das cool? Schreibt es mal in die Kommentare Und zeigt es mal mit einem Daumen nach oben Also ich finde es auf jeden Fall mega cool Krass, vor allem, das ist echt so wie eine Kirmes aufgebaut So sind die ja auch aufgebaut So extra mit so Gerüsten und so Wie, na zack, Blitz Habt ihr es gesehen? Spurt mal kurz zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt Dieses Blitz, wie gesagt Wie cool Wie cool Also Baggerfahrer Mega nice Muss man einfach so sagen Mega nice Alpin läuft da auch noch durch Das einzigste Oh, 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 nein Oh nein Oh nein, falsche Richtung Stopp Stopp Nein Fangen wir halt hier mit Ui Ja, moin Fangen wir halt ohne Jetzt fangen wir halt mit der hier So, und jetzt gleich gehen die Bügel wieder auf Zack Und An der Arm steigen Okay Papi Tschüss Hey, wie cool ist das einfach Das ist mega Jetzt guck, will ich natürlich mal wissen Fährt das von alleine weiter? Nee Okay, jetzt schauen wir uns das Ding mal von unten an, oder? Weil es fährt ja sicherlich mit einem Sensor Ich wollte es gerade sagen Hier sind Sensoren Moment Wir stellen das einfach mal hier auf Stelzen Hat natürlich gut funktioniert Aber wir können natürlich jetzt reingucken Das ist ganz gut Also untergucken Das heißt, ja genau Mit den Farben Wir haben ja hier diese Diese blauen Striche Die ja hier sind Moment Ach, Mensch Wir haben hier durch Verschieden Hier haben wir welche Dann haben wir hier natürlich In drei Dann haben wir die aber auch noch In der Mitte geteilt Warte mal, wo war denn das? Genau hier Hier sind ja immer in der Mitte geteilt Ich denke mal, die machen dann Bestimmte unterschiedliche Sachen Je nachdem Hat aber schon eingebaut Je nachdem, ob jetzt Ob jetzt zum Beispiel Ob jetzt zum Beispiel hier Die nur die beiden leuchten Oder alle Das ist natürlich mega cool Auf jeden Fall gemacht Weil wie gesagt So, wenn ich jetzt vorstehe Geht es ja nicht an Es muss ja eine bestimmte Farbe haben Ne? Es muss eine bestimmte Farbe haben Aha Das macht nichts Das macht auch nichts Okay Es muss halt eine bestimmte Farbe haben Auf jeden Fall Was ich sagen muss Ist, dass die Gondeln hier Also die Waggons Hier unfassbar gut geworden sind Sie gefallen mir optisch Einfach sehr, sehr gut Muss ich einfach erwähnen Alleine hier die Räder Dass sie da mit drin sind In den Modpacks Was ich auch habe Ist mir nie aufgefallen Dass diese Räder da mit drin sind Auf jeden Fall Perfekt Richtig gut funktioniert Auch wenn ich rausgeflogen bin Wahrscheinlich lag es einfach Mal mit dem Gewicht Oder so Muss ich aber auf jeden Fall sagen Ist Uh Hicks 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 Ist richtig, richtig gut geworden Ich danke auf jeden Fall für die Einsendung Und ich bin weiter gespannt Was da noch so von euch kommt Mega, mega nice Das ist ja Kasse 4 Euro Eieieiei Einfach toll Einfach toll Wo sind die denn überhaupt Ich sehe hier nichts mehr rumfahren Da oben Stehen da oben Und hängen Okay Also ich würde sagen Freunde Das war es mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Dann gebt einen Daumen nach oben Ich bin jetzt weg Macht's gut Auf Wiedergeschauen Ciao Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.